Das Superg ist das Servicezentrum der RWTH Aachen, das unmittelbar neben dem Hauptgebäude steht und eine Reihe von Dienstleistungen für Studenten unter einem Dach vereint, etwa das Studentensekretariat, das Akademische Auslands- und Prüfungsamt und das sogenannte Career Center, die vor dem Bestehen des Gebäudes weit verteilt waren. Darüber hinaus finden sich in dem Gebäude ein vom Studentenwerkbetrieb NS Café Ausstellungsflächen, Tagungs- und Seminarräume, die zu einem Treffpunkt im Kernbereich der Hochschule werden sollen. Gebäude Der erste Spatenstich fand am 29. Mai 2006 statt Die offizielle Eröffnung nahm der scheidende Rektor der RWTH-Professor, Burkhard Rauhut am 29. Juli 2008 im Beisein von NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart, Aachens Oberbürgermeister Jürgen Linden und rund 200 geladenen Gästen vor. Bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme dauerte es allerdings noch bis Ende September. Seinen Namen erhielt das Gebäude nach seinem Aussehen einem großen C. Nach dem ursprünglichen Entwurf sollte das Gebäude auf einer Fläche von 750 m² 20 m hoch werden und die obere der acht Etagen etwa 17 m auskragen. Eine verglaste Fassade soll Offenheit gegenüber der Stadt signalisieren. Im Zuge der Umsetzung wurde die Anzahl der Etagen jedoch auf sieben reduziert, um eine für das Projekt problematische baurechtliche Einstufung als Hochhaus zu umgehen. Die zentrale Studienberatung wird daher entgegen ursprünglichen Planungen keinen Platz im Gebäude finden. Die Kosten sind mit 23 Millionen Euro angesetzt, die nicht nur durch Zuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen gedeckt werden, sondern auch durch Sponsoren und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW übernommen werden. Letzterer fungiert zugleich auch als Bauherr und Projektleiter. Die unterste Etage des Gebäudes liegt unterirdisch, weshalb das Super-Ausblick Richtung des links von ihm gelegenen Hauptgebäudes eher an ein griechisches Gamma erinnert. Es wird daher in Anlehnung an einen Kommentar eines Achener Mathematik-Professors von einigen Studenten auch als Super-Gamma bezeichnet. Am 5. Mai 2009 wurde bekannt, dass in den Innenräumen des Gebäudes eine erhöhte Ausdünstung chemischer Substanzen aus Baumaterialien festgestellt wurde. Mehrere der dort Beschäftigten klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Verstärktes Lüften konnte die Belastung nur teilweise senken. Ein erneuter Anstieg im Oktober macht nach Angaben der Hochschule nun eine Belastung des Teppichbodens mit dem Lösungsmittel Acetonitril, wahrscheinlich Geothermie-Bohrung RWTH1 für das Super-Gebäude. Ein weiteres Herausstellungsmerkmal des neuen Gebäudes sollte die Beheizung mit Erdwärme sein, die im Rahmen eines Forschungsprojekts der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik in Kooperation mit dem Projektpartner Exotherm Geoenergie nutzbar gemacht werden sollte. Auch im Sommer sollte die Geothermie von Nutzen sein. Sie kann dann durch Hinzuschalten einer Adsorptions-Kältemaschine für angenehme Temperaturen sorgen. Damit wollte die Technische Hochschule ein Zeichen für die ökologische wie ökonomische Ausrichtung der Forschung setzen. Die Erdwärmesonde sollte in einem geschlossenen Kreislaufsystem arbeiten ohne einen Austausch von Wässern im Bereich der Bohrsäule. Die dafür notwendigen Bohrarbeiten wurden vom 19. Juli 2004 bis zum 22. November 2004 von der Bohrfirma Angers Söhne aus hessisch Lichtenau im Rahmen eines EU-Demonstrationsprojektes durchgeführt. Die Bohrung erreichte eine Enttiefe von 2.544 Meter. Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurden geophysikalische Messungen durchgeführt, die Verrührung bis zur Enttiefe eingebaut und anschließend zementiert. Der Einbau des Innenrohres für die tiefe Erdwärmesonde wurde im Herbst 2009 vorgenommen. Aufgrund der Havari eines ähnlichen Glasfaserrohres bei einer Geothermie-Bohrung in Arnsberg 2008 verzögerte sich der Einbau, da erst ein geeigneter Werkstoff für derartige Bedingungen entwickelt und getestet werden musste. Die Bohrarbeiten wurden durch ein geowissenschaftliches Forschungsprogramm, welches von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde, begleitet. Ziel der geowissenschaftlichen Untersuchungen war eine interdisziplinäre Erkundung des Aachener Untergrundes, wobei unter anderem Schwerpunkte auf die sedimentologische und tektonische Entwicklungsgeschichte der Gesteine, die Entstehung von Erdbeben in der Region Aachen und neue Erkenntnisse zur Entstehung der Aachener Thermalquellen gelegt wurden. Die Informationen über den Untergrund erhielten die Geowissenschaftler aus zerbrochenem Gesteinsmaterial, welches mit der Bohrspülung an die Oberfläche gebracht wurde. In verschiedenen Tiefen sind darüber hinaus immer wieder Bohrkerne zu wissenschaftlichen Zwecken entnommen worden. Ergänzt wurden die Untersuchungen durch mehrere Messkampagnen geophysikalischer Bohrlochmessungen. Erbohrt wurden klassische Gesteine des Karbons und Devons. Die Tiefbohrung in einer Innenstadt stellte aufgrund der begrenzten örtlichen Gegebenheiten der unmittelbaren Nachbarschaft zu frequentierter Infrastruktur und Bebauung hohe Anforderungen an den Arbeits- und Emissionsschutz. Darüber hinaus musste durch alle technischen Vorkehrungen gewährleistet sein, dass von der Tiefbohrung keine Beeinträchtigung auf die von der Aachener Kaiserbrunnen AG und den Karolus-Thermen genutzten Aachener Thermalquellen ausgeht. Deshalb wurde erstmals in Deutschland eine spezielle Bohrspülung eingesetzt. Die Tiefbohrung wurde Teleskop-Hertich-Hab mit sich nach unten verjüngenden Bohrdurchmessern abgetäuft. Technische Probleme Entzugsleistung scheitern Tatsächlich wurde das Superg in Aachen nie mit Erdwärme versorgt. Probleme gab es zum Beispiel immer wieder mit dem Material des Glasfaser-Kunststoffrohres, das als Innenrohr in das verreute Bohrloch eingebracht werden sollte. Ein baugleiches Innenrohr kollabierte 2008 in der Geothermie-Bohrung in Arnsberg. An der RWTH Aachen wurde daraufhin ein neuer Kunststoff für das Innenrohr entwickelt und zum Patent angemeldet. Aufgrund der nicht unerheblichen, jedoch bohrtechnisch bedingten Bohrlochabweichung und der geänderten Materialeigenschaften des Kunststoffs konnte das Innenrohr nur bis eine Tiefe von 1965 Meter eingebaut werden. In dieser Tiefe ist gemäß dem geothermischen Gradienten maximal mit einer Temperatur von rund 60 Grad Celsius zu rechnen. Externe Gutachter sollten zunächst prüfen, ob das System mit vertretbarem Aufwand nachgebessert werden kann. Am 18. Juli 2011 erklärte der RWTH Aachen Ernst Schmachtenberg, dass das Konzept der tiefen Geothermie-Wärme in der Form nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. In einer erneuten Stellungnahme seitens der Hochschule wurden Zahlen veröffentlicht, wonach die Entzugsleistung der Anlage aufgrund der geringeren Einbautiefe, des niedrigeren geothermischen Gradienten und der schnelleren Abkühlung des aufsteigenden warmen Wassers im Innenrohr wesentlich geringer ist als 2002 von den Verantwortlichen gemeinsam mit dem Projektpartner Exotherm Geoenergien geplant. Anstelle der projektierten 60 Grad Celsius wurden im Frühjahr 2011 nur maximal 35 Grad Celsius am Bohrloch Kopf gemessen. Die damaligen Kritiker des Projektes, namentlich Experten der Bergakademie Freiberg, des Institutes für angewandte Geophysik der RWTH und des Geologischen Dienstes NRW sehen sich in den Ergebnissen bestätigt, wonach die geothermische Tiefenstufe in der Aachener Region geringer ist als von den Projektverantwortlichen angenommen und sich zudem das Gestein um das Bohrloch rascher abkühlt, um eine nachhaltige thermische Wiederergänzung im Bohrloch zu gewährleisten. Trotzdem wurde weiter nach Lösungen gesucht, um zumindest einen Teil der Grundlast der Wärmeversorgung mit Erdwärme zu versorgen. Das Projekt wurde im September 2014 endgültig als gescheitert erklärt. Weitere Anstrengungen von Seiten der Hochschule zur Inbetriebnahme werden zurzeit nicht unternommen. Das Projekt hat insgesamt ca. 5 Millionen Euro gekostet. Architektur Der Entwurf des Gebäudes ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen, den die Architektinnen Susanne Fritzer und Eva-Maria Pape im Jahr 2000 gewonnen haben. Die Architektinnen wurden im Jahr 2004 von dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW mit der Planung beauftragt. Baubeginn war Ende 2006, die Fertigstellung war im Herbst 2008.